So, willkommen zu einem kurzen Zündschnur Video. Hier habe ich ein Stück Zündschnur oder eine ganze Rolle von der Marke. Und mir hat jemand gesagt, ich soll mal ein 8 cm Stück zu einem Z machen und dann anzünden auf glattem Untergrund. Okay, gleich zwei Stück. So, ZZ, die Zündschnur und los geht's. Okay, Versuch startet. Ah, das war ein Kreisel mit Aufstiegseffekt. Das gibt's nicht. Okay, Nummer zwei. Tatsächlich. Na, komm schon, komm schon. Das ist hängen geblieben. Hm. Okay, also ich mach noch mehr davon. Das muss ich jetzt mal rausfinden. So, es geht raus zu Runde zwei. Komm schon. Aha, okay. So, nochmal an einem anderen Ort. Richtig hoch. Es glüht noch in der Luft. Immer noch. Gras. Scheinbar passiert bei der ersten Ecke noch nicht so viel. Doch, oder? Oh, ne, ist hängen geblieben, hängen geblieben. Jawohl. Ja, okay, es funktioniert doch ziemlich oft. Und damit, tschüss bis zu neuen Videos. Richtig cool. Coole Idee. Ja, okay. 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 Ja, okay.